Im heutigen Video stelle ich euch den besten Booker Finanzen.netziro vor. Like und Abo nicht vergessen und wenn ihr noch nicht registriert seid, registriert euch mit meinem Link bei Finanzen.netziro mit meinem Link in der Videobeschreibung, weil dann bekommt ihr immer die größten Belohnungen. Das ist dann das gerade Aktien-Sparplan zum Schweizer Aktien, die ihr handeln könnt und vieles mehr. Nehmt es einfach mit meinem Link mit, dann bekommt ihr diese. Ja, Finanzen.netziro, warum bin ich überzeugt und allgemein für was steht Finanzen.netziro? Finanzen.netziro ist meines Erachtens hier der beste Booker, weil er kombiniert alle Vorteile wie andere, zum Beispiel Trade Republic, indem ihr mit einem Geldmarkt ETF die gleichen Zinsen darstellen könnt, könnt aber Schweizer Aktien handeln und gerade die Möglichkeit Schweizer Aktien zu handeln, ist eine Ausnahme auf dem Markt, den wir haben. Wenn man den anderen Neoborker vergleicht, gibt es hier keinen, wo man hier Schweizer Aktien handeln kann. Gehen wir mal in zwei Beispiele rein, haben wir zum Beispiel Lint, wo wir ja auch hier handeln könnten oder zum Beispiel auch OBS, einfach als Möglichkeit, die einfach geboten wird, um hierbei nochmal Möglichkeiten zu diversifizieren. Also nimmt man mit, bei mehr Möglichkeiten zu handeln, bedeutet mehr Diversifikation und bietet sich natürlich hier dann auch gezielt an. Das heißt, rein von der Auswahl, Aktien und ETFs sehen wir von bei Finanzen.netziro auf Platz 1. Es gibt keinen Booker, der mehr Auswahl hat als bei Finanzen.netziro im Neobroker-Bereich. Gerne halt natürlich auch den Boni, wie gesagt, Schweizer Aktien handeln, ist einfach sehr, sehr gut, meines Erachtens. Okay, generell die Oberfläche ganz einfach zu verstehen. Wir haben hier euer Portfolio, sind Cash, Kreditrahmen, hinzuhören aus meiner Aktien. Dann haben wir hier unten die Kryptos, dann haben wir hier die Sterne unserer Watchliste, dann können wir hier Werte suchen und dann haben wir hier unsere Sparpläne und dann sind was an sich schon alles, was man sehen muss, sieht man hier. Wir sehen somit, wie nochmal erwähnt, alle Vorteile, größte Auswahl und hierbei schöne Oberfläche, wirklich die Vorteile dahinter. Zwei Handelsplätze im Hintergrund und meines Erachtens somit der beste Booker. Schreibt mir mal in die Kommentare, bei welchem ihr es seid. Dann schreibt euch jetzt mit meinem Link an.